Ja herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SirForest, jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt Jaja, jetzt hätte ich fast gespoilert Ich weiß gar nicht, ob das gespoilert ist, weil ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt Ich glaube, da darf das andere schon Mal gucken So, wenn mir aber jetzt auch nicht ganz sicher Mach nicht, es gibt keinen Teamschart, schon vergessen Und diese Folge wollen wir das Lager fertig bauen Weil wir brauchen unbedingt ein zweites, es hilft nichts Was mich gerade ein bisschen wundert Ich hatte doch eigentlich mal... Ne, ist der Wagen Da ist der Wagen Oh, ich muss mal was essen Ähm... Die Beeren Kann man hier noch was pflanzen? Ne, die Beeren... Okay, warte, ich erstmal lieber Fleisch Boom, boom, boom Der sieht jetzt auch ein bisschen kaputt aus Gefühlt würde ich sagen Nein, die ist mir jetzt... BEM, enam, enam... Nein, die ist so schreck Oh, okay Ähm... Hm... ... was ist die noch denn denn... Nehm ich ihn mal Ehm... Dann haben wir den scheiß doch mal weg B 갔f-Aberts nochva so einer Latultur nicht gut 40 baumstämme auf geht's ich bin gleich soweit ich würde sagen wir mal die bäume da in der mitte hier gefällen warum geht das nicht komisch wenn zum hase weg läuft ihn verliebt so schnell keine chance zu kommen heute stimmt er ist weg da hat recht ich habe die ganze macht jetzt auf geschwindigkeit aus ich finde eigentlich krass das ist eigentlich immer noch heutzutage vor ist das einzigste spiel ist wo baumfällen einigermaßen realistisch gemacht worden ist das stimmt ja die anderen survival spiele da haut man irgendwie drauf und dann verschwindet der baum oder er bleibt einfach nur da und das finde ich richtig gerade so soll es ja auch sein oder was so realistisch und du wirst schon wieder angegriffen ich seh schon ich mach schon mal zu ne damit sie hier nicht reinkommen tschüss ich stehe hier oben kassel 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 So, jetzt hab ich meine richtige Waffe in der Hand. Jetzt kannst du loswerden. Arsch. Oh man, warum erwischt ihr... Was? Hä, wieso? Hä, was war das jetzt? Loll! Der hat mich mal zugeschlagen und ich bin tot. Also ich habe kein Leben mehr. Brauchst du Hilfe, oder? Warte, ich müsste erstmal den... Ja, ich weiß grad nicht, was mein Shortcut für... Drei? Äh, vier wahrscheinlich. Ja, 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 Buster, Hapscher. Vier. Ich verstehe das grad gar nicht. Oh nein. Oh, können wir neu... Hast du gespeichert? Können wir neu laden? Weil ich hab irgendwie grad meine komplette Rüstung... Alles verloren. Ein Gegner. Ist grad voll zu trotzen. Und es war 100 Brunnen back. Weil er hat, ähm... Jetzt trifft er mich schon wieder, Mann. Was ist das für ein Typ? Irgendwie... Welche Rüstung hast du denn verloren? Alles. Ich war fast tot. Ich hab nur Leben. Ja, ich weiß das grad gar nicht. So richtig. Alles war... Ja. Aber wenn ich gar nichts mehr hab, das ist Scheiße. Jetzt ist wieder alles von vorn. Mann. Scheiß Start für Forrest. Hab ich schon keinen Bock mehr drauf. Gut, dann laden wir halt neu. Hm. Das kotzt mich grad ein bisschen an, weil... Der hat nicht geschlagen. Das Ding war, der hat... ...nicht geschlagen. Und ich hab einfach Leben verloren. Aus dem Nichts heraus. Der hat nicht mal einen Angriff gemacht. Gar nichts. Der stand einfach so vor mir wie du jetzt. Und dann hab ich... Uuuuuh. Uuuuuh. Gut, dann laden wir nochmal neu. Voll verbrackt. Ich mein, wenn ich alle Knochen krieg, dann können wir schon... Warte, wie viel... Wie viel... Wie viel Rüstung hast du denn? Ich hab jetzt vier Dinge. Krieg ich die Knochen? Ja. Gut, dann laden. Bye, dann. Boah. Es ist ultra ärgerlich aber grad gewesen. Es ist schon... Sechs. Hoppula. Sechs. Es wird doch schon wieder dunkel, oder? Ich weiß auch nicht. Ich bin grad irgendwie ganz perplex, warum hier irgendwie nix so richtig lafft. Fleisch haben wir auch keins mehr da so richtig? Doch, also Fleisch haben wir eigentlich noch genug. Naja, das Lager ist relativ la. Ach ja. Nichts lafft heute. Wie soll. Inventory. Ah, da. Das war kaputt. Das ist kaputt. Ist hier irgendwas kaputt? Hm. Okay. Ich mach mal zu. Nicht, dass du irgendwie... Oh, du magst gleich wieder rausfahren. Naja, das wird jetzt eh dunkel. Ja, ich mach nur zu. Äh, ja genau. Fenster sind schon drin. Ja, gut. Ja, genau. Ich mag da gar nicht zu viele Fenster reinhauen. Nur eins nach vorne, weil es ja ein Lager wird. Oder? Ja. Ja, passt. Gut. Wunderbar. Ähm, ich mach umgucken, wie viele Pfeile. Ich hab Pfeile, hab ich glaube ich genug. Oh, na. Das komische ist, das ist bei mir verpackt, dass ich ganze diese Blickpfeile habe, wenn ich weder Pfeile aufhebe. Ja, das ist dann eher schlecht. Das ist nervig. Schlafen. Oh, wir könnten die Türen schon schlafen. Aber es ist noch ein bisschen zu hell, glaube ich, oder? Ja, noch nicht schlafen. Ich überlege halt, ich hätte noch eine Schildgruppe, aber... Hm, hab ich ja auch nicht. Ich hab keine. Du stinkst. Oh, ich seh grad, ich muss mal wieder ein paar Molotows rausnehmen. Da stand eigentlich, drücke. Yay! Hey, wie hab ich das gemacht? Ja, ja, mal mit der Schildkröte kann man so ein bisschen, äh, mit diesem Ding... Ja, aber irgendwie ist das... Irgendwie geht das nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das klappt gemacht habe. Ja, da draußen läuft jemand mit der Taschen rum. Ist nicht hier. Da stand Leertaste und dann... Ich verstehe das nicht. Ja, wahrscheinlich muss man irgendwie so einen Berg runterlaufen, springen oder so. Kann man bestimmt bei der Klippe oder so. Ah. Hey. Yay. Ui. Warte, warte. Nein. Warte, gleich hab ich's. Ah. Das gibt's doch nicht. Ein Profi bei der Arbeit. Ja, warum geht das manchmal manchmal nicht? Das ist doch bescheuert, oder was? Es muss doch... Da stand... Drück die Leertaste und... Ah. Wow. Yeah. Wow. Wow. Oh, das ist die Schindlichkeit. Wollen wir neu starten? Ich bin hier grad irgendwie... Was? Neu starten? Aber wie sie bist du tot? Ich bin durchs Lager vorher gelaufen. Irgendwie lauft's halt nicht. Nee. Toll, jetzt hab ich meine komplette Rüstung verloren. Mein komplettes Leben. Ich hasse es. Ah, I hate everything. So muss schnell schlafen. Ja. Dann schlafen wir schnell. Toll, wieso bin ich jetzt... Naja. Ich speichere lieber mal Licht. Ja. Hier wird's auch nicht gespeichert. So. Gut, dann ähm... Ja, schon wieder Essen trinken. Ich esse jetzt Snacks, weil... Ah ne, ich geh zu den Beeren. Vielleicht gibt's ein paar leckere Beeren. So, ähm... Ich hoffe, du hast nichts dagegen, aber ich tu mal schon die Listertaut hernehmen. Ein bisschen Rüstung, meinstens. Ist okay. Ist okay. Was will ich jetzt? Snacks. So. Perfekt. So, ist keiner da? Kann ich Holz fällen, oder? Ne. Blut rüber schr... Wir haben was gefangen, wieder krasser Shit. Weil ich... ... gebrannt habe. Wir haben was gefangen. Wuhuuu. Ah. Ich glaube, ich hab ihn. Jawoll. Ich hab einen Hasen. Oh. Jetzt läuft's. Ach, hast du einen Hasen gefangen? Was mein... Leute? Ne. Killed. Gejagt. So. Ähm, ne. Wir haben... So, das ist repariert. Nur mal aufstellen. Ja, wir haben in unserer Falle was gefangen. Ein Lizard. Oh, aber den kann man nur killen, oder? Ja, den kann man nur killen. Lizards züchten. Boah, das wäre geil. Boah, Lizards züchten wäre so schön für die Rüstung. Ja. Also, ich fälle hier wieder ein paar Bäumchen. Dann hast du da... ... das Lager schnell fertig kreieren. Kann man eigentlich... ... eigentlich sehe ich schon, dass irgendein Baum vielleicht auf diese Falle fällt. Das sehe ich schon. Und dass die Falle dann komplett zerstört ist. Hm. Ja, ich habe wieder ein bisschen fleischig. Ja, das ist auch mal wichtig. Weil wir hatten fast kaum noch was. Bisschen wir mal von Schildkröten noch mal. Ja, Schildkröten und Paar, da sind wieder drei Sticks rausgekommen hier. Das ist sehr gut. Und ich habe hier ein paar Bäume. Nice. Nein, nein, das würde ich nicht. Keine Ausdauer mehr. Krass, wir sind jetzt bei dem See, ne? Komplett angelangt. Ja. Schon hart. Irgendwie. Ne, hau rein. Aber was ist denn jetzt so dünn? Ach nee, du hast den Wagen gar nicht mitgenommen. Ich? Nee. Ich habe nur angefangen zu fällen. Komm schon. Das sollte reichen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es fast. We will see, we will see, my friend. Oh nein. Bleib weg. Ich bitte sagen wir jetzt nicht, dass in meinem Rücken irgendwelche eingeborene sind worden. Ja, da war eine Frau, aber die hat sich, die ist vorbeigelaufen und hat so geguckt und dann ist sie gleich wieder gegangen. Die holt jetzt hier auf Freunde und gleich, und gleich greifen die in eine große Welle an, also. Das ist aber uns ein bisschen... Ah, da ist sie wieder. Ah, tschüss. Komm rein, komm rein, komm rein. Mach zu, mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu, mach zu, mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Soll ich die Treppe gleich bauen? Ich glaube, ist du gleich die Treppe. Ja, da ist ja die Türe da. Ja, eben. Da hatte ich auch sagen. Gott, ist mir der Treppe, kann wieder geschießt werden. Wie viel Rüstung hast du, sagen wir? Drei. Drei, also eine Leiche ist ein Rüstungs- Ja, genau. Frau, wo warst du? Du warst auch geguckt noch. Irgendwas wird angegriffen. Das höre ich doch. Was? Ja. Ich bin nicht auf meiner Höhe, dann musst du da mal bei dir schauen. Mhm. Ah ja, da. Erstmal reparieren. Hä? Ich muss doch nichts reparieren. Na? Nee, doch nicht. Ob ich geirrt? Woaah. Nee, ist irgendwie nichts. Keine Ahnung. Neuer Gegnertyp, glaube ich. Acro Lady. Acro Lady? Hier ist doch was kaputt. Das sehe ich doch. Aber die hält gar nichts aus. Noch irgendwas kaputt? Ich finde es ein bisschen blöd, dass du es sich angezeigt bekommst, wo was kaputt ist. Ja, das stimmt. Da ist noch was kaputt. Also musst du echt immer so eine Patrouille um den Wall machen, ob da irgendwas kaputt ist. Das ist ein bisschen lame. Boah. Da ist echt beinahe durchs Feuer gelaufen. Wie viel Rüstung hast du? Okay. Oh gut. Okay. Boah, die brennt aber ganz schön lang, die Braut. Das ist aber eine heiße Braut. Das ist aber nicht ganz voll, oder? Mehr Baumstimme waren noch nicht. Echt? Da denke ich schon, dass es reicht. Ich glaube, dass du es reicht. Ja, das war aber schon. Ich habe so viel gefällt. Hä, willst du mich veräppeln? Ist die Treppe fertig geworden? Ne, immer noch nicht. Du meinst verapfeln? Dann würde ich das verenglischen. Ah, Schenkelklopfer. Heute haben wir es drauf. Heute ist es ja auch richtig. Oh, wir werden diesmal... Ich glaube, das sind mehrere. Sollen sie kommen? Nein, der hat sich bewegt. Der Pfeil steckt im... Oh. Verliehen wir. Wer hat diesmal dich überrascht? Wow. So viel dazu, oder? So viel dazu. Oh, nein. Das sind wieder mehr. Ja, das sind wieder... Shit. Jawohl, die ist schnell tot, immer. Die ist, äh... Was weiß ich. What? Alter Arsch. Springen wir so fest rum? Arsch, du blöder Penner. Mach unsere Band nicht kaputt. Nein. Nein. Die... Nein. Alter, ich verkack sie ja gerade richtig mit dem Kämpfen. Die hat gar nicht mehr aufgehört zu schlagen. Und immer wenn ich schlagen wollte, hat sie viel schneller zugeschlagen. Einer ist tot. Ich glaube, der Zweite auch. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Ich habe auch zwei. Denk an einen Stein. LOL. Hilfe. 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 Der ist reingepackt. Sorry. Es tut mir leid. Der hatte nicht mehr viel. Ich wollte... Ich mach die Tümer von mir. Was steht der von mir? Nee, nee. Nee, der lag da. Der lag in der Tür. Und ich wollte einen Finischen. Bin aber nicht hingekommen. Achso. Das war mein Problem. Ich habe gar nicht gecheckt, dass da das Tor ist. Irgendwie lustig. So, die anderen, die müssten noch da irgendwo... Ah, das Tor muss repariert werden. Ja, weil ich da halt draufgeschlagen habe irgendwie. So. Wieso tust du das? Ja, weil wenn die am Tor stehen. Das ist doch scheiße, sowas. Und ich muss trotzdem gegen die kämpfen. Ey, hast du Rüstung verloren. Nee, das hält sich in Grenzen. Kriege ich dann die Knochen? Alle. Also einen hätte ich schon gern. Ich meine, ich habe drei Leute gekült. Oder zwei. Zwei. Das war zwei. Aber den einen habe ich gut gedamaged. Der war fast tot, aber dann kamen seine Kumpanen und dann... Mach mal, du kriegst alle bis auf einen. Jo. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weil ich glaube, einen hatte ich noch. Sechs. Eins, zwei, drei. Ja. Das den kannst du haben. Danke. Aber auch irgendwie ziemlich sinnlos, blöd gesagt, dass wir jetzt die Mutantenrüstung nicht hernehmen, sondern einfach irgendwo bunkern. Ja, ich weiß aber irgendwie... Das soll so ein Notfall-Ding sein, oder? Ja, wie tut man jetzt Notfall-Definieren, oder? Ja. Ja. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber ich mag wenigstens so, dass jeder eine volle hat, weil jetzt könnten wir uns drüber streiten, wer die eine Rüstung kriegt. Deswegen will ich zwei haben, weil dann kann jeder eine nehmen. Ja, ja, also schon, aber man kann ja die eine jetzt anziehen, und der andere gibt halt seine Sorgen einfach her. Oder haben wir nicht full? Wart, wie viel haben wir denn? Also ich hab vier, du hast vier. Ist das eine komplette? Was soll? Ne, da fehlt glaube ich noch eins, ne? Achso. Ne, da fehlt ziemlich viel noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun glaube ich, braucht man. Gut, ne, dann fehlt uns doch noch. Wenn du willst, dass wir die Mutantenrüstung benutzen, dann ziehe ich sie gerne an. Komplett. Ne, wir können ruhig noch bis zum Warten. Dann sieht's vielleicht ganz schön aus. Genau, wenn beide Badomlarf war. Wir brauchen immer noch. Und ich sag mal, wir haben noch relativ viel Stoff, weil es aktuell können wir uns ja noch mit Knochenrüstung eigentlich. Das ist vielleicht ein Notfall, wenn wir keinen Stoff mehr haben oder sowas. Oh genau, ich hab jetzt auch das ist die Medizin genommen. Oder bei mir bist du irgendwie im... Was? ...beschwunden. Jetzt bist du wieder auf. Hä, wir haben schon wieder hier eingefangen. Lol. Was gehen jetzt ab? Läuft Bounce. Ja, aber ich... Geh eher... Du bist ziemlich verraschend. Ja, ne, das hat funktioniert. Vorne aus funktioniert, da hab ich ihn mit einem Hit gekillt und dann... Kannst du ihn nicht einfach so raus... ...pulen? Ne, eben nicht. Du musst einen wieder aufmachen und den dann töten oder vorher töten und dann aufmachen. Jetzt haben wir so ein bisschen... Aber er war doch schon tot. Ne, er war nicht. Da drin leben die noch. Wenn du aufmachst, rentet er weg. Ja, aber beim ersten Schlag war er doch schon tot. Ne, da hab ich daneben... Also... Ja, ne. Hab ich daneben gehauen. Ne, ich wollte es eigentlich grad reparieren. Ja, sorry, das war irgendwie... Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gewohnt ist. Ja, warte mal, ich bau da einfach mal eins. Äh... Ja, mach mal wieder einen schweren Angriff, klar. Warum nicht? Ich brauch hier keine Ausdauer oder so. Hallo... Wo war das denn hier? Ich geh mal in den Stein mal spazieren. Da war ich. Das sind 31 Stücke. Komm mal her, kurz. Du musst hier spotten. So. Ich glaub, Stecke, da haben wir echt. Genug, ja. Ja, genug Vorrat. Dann wird keine mal. Ne, gar nicht. Oh, da vorne ist meine ganzen Baumstimme. Wie viel brauchen wir denn noch? 15. Du Fug. Ah, da laufen es ja schon wieder, ey. Weißt du was, jetzt könnte man... Na gut, jetzt vielleicht nicht mehr. Aber man könnte jetzt mal ausprobieren mit... ähm... Mit einem Sprengstoff, wo die ganzen Bäume ganz polzeln, ja. Ja, stimmt, ja. Wenn man mal irgendwo eine Stelle hat, wo relativ viele Bäume aufeinander... Stimmt, wär gar nicht mal blöd, ne. Weil wir haben eigentlich ganz schön viel Sprengstoff. Ah! Nope. Bleib schön, ne. Wobei, komm her. Ich könnte eine Dinge brauchen. Das war so hart, das sind so viele. Oh man, immer wenn du rückwärts läufst, läufst du gegen den nächsten Stein oder sonst irgendwas, ey. Ach nee, jetzt, oder? Drei Baumstämme fehlen. Oh, ich hab doch zwei Headshots gemacht. Geheul. Was hat mit dem passiert? Das sind drei Baumstämme. Nee. Oh, ehrlich. Hipp, hipp. Huri, jui. Achtung, draußen ist ein bisschen was los. Ich hab einen schon mal mitgebracht. Ich hab also nicht gesagt, dass du zwei Headshots gemacht hast. Ja, der andere liegt aber bei dem anderen, die noch überall leben. Achso. Der muss hier normalerweise irgendwo liegen, wenn er nicht despawned ist. Aber so schnell despawned, das wäre schon hart. Ich weiß gar nicht, wo hab ich... Ach, hier. Hä? Schau. Ich schau. Ja, da. Ja. Schauen Sie her. Tada. Tada, dada, dada. Sehr schön. Ich hab uns Rüstung organisiert. Nice. Das ist richtig nice. Knochen hab ich scheiße. Ich mir fehlen noch drei. Wir haben ja auch. Bei dem können wir uns... Gimmi, 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 drei Knochen. Jeder kriegt drei, okay? Dann können wir beide wieder eine Rüstung machen. Jo, jo, jo. Ja, gib it to me. Aha, aha. Was ist denn jetzt? Ich hab' jetzt... Wie viel läuft hier? Hey, wo? Ich hab' sechs. Achso, da ist noch einer, ja. Geil. Ich geh' doch da schon jemanden, oder? Ich geh' mal auf den Turm und schau' mal, ob ich kein Headshot verteilen kann. Die letzten drei Minuten. Ich versuche in den letzten drei Minuten noch drei Baumstimme aufzutreiben. Ja, ist, ja, gut, es geht. Wir haben ein bisschen... Die Folge haben wir jetzt ein bisschen das Lager fast einmal fertiggekriegt. Ja, aber Glück gesagt, haben wir ein bisschen rumgedümpelt in diese Runde irgendwie... Ja, das muss ich auch sagen, da hast du auch recht. Nein, 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 nein. Ach, ich muss doch nur diesen Baum fällen, jetzt hau' da. Ja, okay, also vom Turm her seh' ich jetzt nix. Ich will nicht, ob wir noch einen zweiten Turm bauen, ne? Auf der anderen Seite vom Wall. Weißt du, der hat hier eigentlich gar nicht mehr... Wovor ich jetzt... Baumfälle, ich muss noch hin. Ich komm' zu dir, ich unterstütze ich da mal. Nein, lass auf! Oh, Alter. Ich dachte eher, Kim, weil ich nur die Leiche gesehen hab' auf seinem Rücken. Da dachte ich, da ist jemand vorbeigesprungen. Alter. Hast du einen angefangen zu fällen oder noch nicht? Nee, noch gar nicht. Gut, dann fäll' ich schnell ein. Ja, gut. Ein Baum reicht. Hier. Das wäre eigentlich so eine Stelle gewesen. Das sind drei Bäume nebeneinander. Hätten wir eigentlich... Ach so. Ja. Hallo, das ist aber ganz schön laut. Holy moly. Ich glaube, ich muss unbedingt mal die... Ich meine, ich mag das ja irgendwie, die Umgebungs-Räusche, aber gerade ist das echt hardcore laut. Ja, der Wind war von AC-Milch laut. Ähm. Sich auf... Welter, Wildkontrast, wo ist denn hier? Duck-Modus halten. Grafik. Nee, Grafik nicht. Gameplay. Regel... Audio. Da. Die Musik. Okay. Ähm. Sound... Habe ich ja eh schon bei 50% die Sound-Effekte. Töte mal auf 30%. Oh, jetzt hätte ich beinahe auf das Spiel beenden. Klick. Oho. So. Ja, weil du machst zurück und dann bist du genau mit der Maus bei das Spiel beenden. Das ist natürlich sehr fähig. Sehr riskant, ja. Die Folge ist eh zu Ende und wir haben es geschafft, oder? Wie schaut es mit dem Hochgehen aus? Wunderbar, passt perfekt. Tududu! Treppe ist auch okay. Sehr schön. Hammermäßig. Hammermäßig. Hallo. Was war das jetzt? Aus dem Weg. So, perfekt. Warte, wir können ja dann auch gleich. Ja, den Weg, den machen wir in der nächsten Folge. Weg und Rüstung und so. Rüstungsständer. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Weil jetzt sind es schon 30 Minuten. Raa, ich mach nochmal raus. Alter, lass mich hier raus. Wieso raiden wir eigentlich so scheiße? Raa, du behinderbrist. Na ja. Na ja. Danke fürs Zuschauen. Dann sieht man sich bei der nächsten Folge wieder. Tschüssi. Ciao, Ikowski.